Ich bin Naruto und 26.80, herzlich willkommen zu Captain Tsubasa Park 164, als wir es gerade bewölkt haben. Let's go. Was hast du davon, Alter? Junge, jetzt reicht's. Ey, jetzt hab ich die Schnauze voll, Alter. Die spielen gut, aber es reicht langsam. Ich hab mir den Ball, verdammt. Oh, ich hasse es, wenn ich den Scheißraum bekomme. Weg. Weg. Jetzt haben wir wenigstens noch ein paar Mal den Zwillingsschuss gezeigt. Ja, ey, was ist die da mausen? Das hasse ich, wenn ich den Scheißraum anreinpe, dass der auch extra, weil das Kugel dann jetzt kurz steuern kann, dass er dann extra dann so weit dann noch rausnimmt. Weg. Oh, jetzt zieh ich mir aus dem Weg, Alter. Oh, jetzt reicht's. Jetzt habe ich den Ball hier. Oh, nee. Cool. Oh, ein paar Mal diesen japanischen Zwillingsschuss geschafft. Cool. Jetzt reicht's. Was mischt du dich ein, Alter? So, rein damit. So, 4 zu 0. So, jetzt zieh ich den Ball, jetzt reicht's. Jetzt probozieht mich gerade ein bissl. Jetzt probozieht mich gerade. Haut ab. Weg. Weg. Was probozieht mich schon wieder? Ha, weg. 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 Du kriegst... Boah, Junge. Du kriegst mich nie wieder rein, Alter. Bin ich... Jetzt hau ab, Alter. Weg. 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 Weih. Weg. Junge, es reicht langsam. Stoppt ihn doch mal einer, den Penner hier. Alter, kann man diesen Penner irgendwann einer stoppen hier? Danke. Weg. Wer mit dem Boom-Ball, Mann? Weg. Jetzt zum Schnerven, Alter. Hau ab, Alter. So, 5 zu 0. Das reicht langsam. Mit Deutsch hab ich langsam, mit Deutsch hab ich die Nase voll, Alter. Jetzt reicht's. Tja, jetzt guck's blöd. 5 Minuten Nachschulzeit haben wir jetzt. Wir hätten so viele Tore haben können gerade, aber... Ich hab's ja einen Topspieler mich noch geschafft in den 3 Minuten, aber egal, nicht schlimm. Dann Nachschulzeit. Wo macht die Jünger? Alter, was ist dein Scheiß... Was ist dein Scheiß... Problem, Alter. Hier. Weg. 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 Geß es alter! Geß es alter! Was hast du im Spitz denn? Boah, Junge, du bist tot, Alter. Lukas, du bist so tot, Alter. Glaub mir das. So. Was hast du davon, Junge? Wir hätten gerade so viel verdammte Blut tun, wir hätten gerade so viel Tore haben können. Weg. 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 Oh, Alter. Die 12 richtet sich wieder sehr gut. Hau ab. Weg. Schwinnt der, Alter. Weg. Weg. Du hältst nicht mehr lange, Junge. Du hältst nicht mehr lange, Alter. Glaub mir das. Das war's. Du magst es jünger zu Rampeln? Na warte, du bist tot, Alter. Du bist genauso tot, Alter. So, her mit dem Ball. Was? Schwindel. Ich bin der Ecke, jetzt reicht's mir. Na warte, Alter. Du bist so voll fertig, Alter. Was habt ihr da vor mir jetzt? 6-0. So. Ihr spielt gut, aber... Nicht gut genug, Alter. Oh, witzig mir den Ball. Nicole... Wer schießt? Junge, hör auf mit deinen scheiß Grätschungen jedes Mal. So, es reicht langsam. Bis der Können kann ich auch. Oh, Junge. Schwinde, Alter. Oh, Junge, du bist so... Ihr seid alle sowas von tot, Alter. Ihr wollt echt einer auf eure verdammte Fresse haben. So. Ey, Alter, das ist so unfair, wie die mal reinkrätschen, diese Deppen. So unfair, wie die mal reinkrätschen jedes Mal. Hau ab jetzt. Oh, mein Gott. Das ist ja ein Schuh. Das stimmt ja, Alter. Jetzt reicht's. Was habt ihr davon, Alter? Weil die mich nicht provoziert, Alter. Oh, das war das letzte Mal, dass du mich im Schuss gegnert hast, Alter. Könnt ihr mal abhauen jetzt? Ihr nervt. Verschuldet. Da bist du ein Weg, Alter. Weg, Alter. So. Und jetzt meine ich hierin im Park, die sind zum nächsten Park.